Ich bin konstant verzettelt, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde. Weil ich mir vorerst ein Bild von meinem Gegenüber machen muss. Ich muss wissen, wie ich antworten kann. Welches Vokabular angebracht ist. Welche Online-Zeitung zu Rate gezogen werden kann. Ich weiß echt nicht, was echt ist. Ich glaube gar nichts. Ich will dir wirklich alles von mir sagen. Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, dann weiß ich selbst nicht, ob ich komme oder ob ich es nur vortäusche. Meine Mutter war immer stolz darauf, dass ihre Unterschrift nicht gefälscht werden kann. Erst kürzlich brachte ich es über mich. meiner Mutter zu erklären, dass ich unter Klassenarbeiten und Vokabeltests ihre Unterschrift nachgefahren, sie gefälscht habe. Ich wollte ihr nicht das Herz brechen. Aber die Wahrheit war, dass niemand erkennt, was da steht in der anderen Schrift. Niemand kennt sie. Und vor Augen, die nichts kennen, ist alles echt. Das entsetzt aus. Ja. killing.